Sie sitzen auf der Vorderkante eines Stuhles passender Höhe mit Ihrem Gesicht zur Wand. Ihre Zehen sind eine Fußlänge entfernt von der Wand. Ihre Unterschenkel stehen senkrecht und so weit voneinander entfernt, dass eine Unterarmlänge Abstand zwischen Ihren Knien bleibt. Setzen Sie Ihren rechten Fuß, wie beim Treten der Kupplung eines Autos, mit der Ferse vor die Wand und dem Großzehenballen gegen die Wand. Beugen Sie sich aus dieser Stellung behutsam und langsam, da Nerven empfindlich sind, nach vorne, mit dem Ziel, beide Hände flach auf dem Boden aufzustützen und die Unterseite Ihres Sitzes zu sehen, bis Sie die erste Spannung in einem der folgenden Bereiche spüren. Rechte Oberschenkelrückseite, Brustwirbelsäule, Nacken oder Kopf. Bleiben Sie so lange in dieser Position, bis sich die Spannung löst.